Drei Zimmer wohnen, 3er WG-Tanklich, in der Sanierung. Kommen wir gleich in den Bein. Wir haben den Dielenbereich und den offenen Wohnküchenbereich. Wir haben einen Wandelnden Duschbad. Ruhe Seitenstraße. Wie gesagt, Wohnungen in der Sanierung. Super helle Wohnungen, trotz Regen draußen. Ein Zimmer. Ruhig. Super ruhig zum Innenhof. Aber wir kriegen langsam, obwohl wir keinen Sommer hatten, Herbstzustände draußen. Mit ein bisschen Regen. Mit viel Wind. Aber super helle Wohnungen. Wie gesagt, mit Wandelnden, Duschbad, mit Fenster. Zwei Zimmer zu ruhigen Seitenstraße. Ein Zimmer zu beruhigen. Im Innenhof, Teppich, kommt raus, kommt Laminat rein. Hier geht es durchs Dielen. Der Garderobenbereich, den offenen Küchenbereich, wieder durch. Hier links, zum ersten oder zum zweiten Zimmer, zum ersten Zimmer rechts. Wenn die Dielen erhalten bleiben können, das versucht man natürlich immer. Dann bleibt es in der Küche zu erhalten. Dann bleibt es in der Küche zu erhalten. Dann sieht man, trotz das ganze Sonnenschein, sehr, sehr helle Wohnungen. Dann ging es auch ... in die Küche aus Sybst . Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020